Als kleines Kind hat mich die Technologie immer fasziniert. Alle Spielzeugautos, die ich geschenkt bekam, sind immer kaputtgeflickt. Was mir hier beim Schindler sehr Freude bereitet, ist genau diese Technologie. Ein familiäres Unternehmen, das Jubiläum von 150 Jahren. Und die hohen Qualitätsstandards. Ich heisse Emanja Schivkovic und arbeite als Servicetechniker bei den Schindler und bin für die Region Alten zuständig. Ein Servicetechniker führen Servicetechniker, Inspektionen und Reparaturaufträge aus. Ein sehr grosser Vorteil des Schindlerservice ist, dass man sehr kurze Reaktionszeiten hat. Und als Servicetechniker ist man auch die Ansprachsperson für eine Anlage für Kunden. Unsere Funktion ist sehr wichtig, damit der Stillstand so gering wie möglich ist. Dass wir die Verfügbarkeit maximieren können. Und auch nicht auf den Ausfall der Anlage wartet, sondern das präventiv ersetzt. Da gehen wir auch einen Schritt in die Zukunft. Ich kann sehr viel mit dem Telefon machen, mit den Apps. Bevor ich auch schon zu einem Kunden herfahre, sehe ich die Symptome einer Anlage. Und dann kann ich den Ersatzteil alles schon organisieren. In einer Klinik, in der der Lift wirklich im Betrieb bleiben muss, um wirklich etwas festzustellen, was defekt ist, haben wir einen super Service, wo man einen Kurierauftrag auslösen kann. Und dann geht er erfahrungsgemäss drei Stunden. Und dann steht der Kurier mit dem Teil an der Adresse. Und dann kann ich das gleich beheben und den Lift gleich in den Betrieb nehmen. Am Ende des Tages ist es mir wichtig, dass Personen, die unseren Lift brauchen, auch zuverlässig ankommen. Mich fasziniert ein Lift, dass so viele Menschen die Technologie nützen. Es macht einen stolz. Da hat man auch Freude, dass man zu der Schindelfamilie gehört. Untertitelung des ZDF für funk, 2017